Geh mal den Streeck runter oben. Sie hatten einen Atem der Meere. Danke. Also mehr random geht nicht. Wir kommen hier so an und sehen hier diese Schiffe stehen. Athene 3, die hatten dort einen Atem der Meere liegen, das wir jetzt einfach mal verkauft haben. Und die versenken sich schon ganz gut selbst. Ne, also ich komme hier an Bord und sehe diese zwei Legs, also, ähm, Moment. Was für das? Oh, Friedenskugel, geil. Ja, ähm. Ich beeile mich da mal schnell, weil das Schiff geht vielleicht unter, alle Mann von Bord möchte man meinen, ne? Deren Schiff. Ich bin hier nett. Aber drei Kettenschüsse haben die uns gegeben. Danke. Nett von denen. Ich mag die. Die Schiff geht. Gute. 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 Sankt You might want to come back Hello Is anyone here? Guys The ship is sinking It's almost sank Well nevermind Allemann von Bord Skid unter Row 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 Gently down the stream Marilee 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 Ja Tschob damit nichts zu tun Trotzdem habe ich einmal drauf geschossen Sprich also nicht drauf geschossen aber eine Brandwohme drauf geworfen Sollst es gilt als versenkt Das notiere ich gleich so meinem blog피o das ist eigentlich ein good boy? Ne, ist es nicht. Row, 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 row your boat, gently down the stream. Merrily, 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 merrily life is but a dream. Wir haben ein Lockbuch, was steht da so drin? Die waren sogar zu zweit. Die haben 372.000 verdient. Sieben Tage seit dem letzten Untergehen. Was haben die denn so gemacht? Hello, hello, hello. Ist da jemand? Ist da jemand? Row, you crashed... gegen... We didn't sink your boat. It had holes from the crash from the island and I don't know if it would be rude if we help your ship. I don't know if you would allow that. Ist auf unserem Schiff? Oh, schade. Schade, ich wollte ihn noch richtig treu. Wo war der? Der war nicht im Heiler, ne? Keine Ahnung. Wir haben das Schiff nicht versenkt. Und ich wusste nicht, ob es vielleicht unhöflich ist, einfach so sein Schiff zu retten. Vielleicht hat er es ja geplant oder so. Keine Ahnung. Ja! Ich bin dir einen Schritt voraus. Ähm, George, die sind gerade gesungen. Ich gebe dir mal, ne? Ich bin mir sicher, du. Ah, fuck. Nein, wenn er nicht. Wo ist denn mein Schwarzmarkt-Händler? Du hier. Nimm. Komm mal, nie, man, nie, man, nie. Ja, ich komme.